Hallo Freunde, ich befinde mich gerade eben auf dem Kanal von Kronk. Ich will bei einem Video zu machen, weil es ist schon beachtet, was der Kerl auf die Beine gestellt hat in den letzten zwei Jahren. Wie ihr seht, er ist seit 12.03.2006 Mitglied, aber ich denke mal aktiv, so wie jetzt gerade eben abgeht, ehrlich gesagt, seit zwei Jahren, denke ich mal. Und was soll ich dazu sagen, Freunde, ich denke mal, der hat neue Maßstäbe wieder gesetzt. Allein wie er moderiert, er hat Themen, die traut sich auch nicht jeder Lesplayer einfach so anzusprechen. Vor allem, er kann sich gezielt ausdrücken mit, nach meiner Meinung nach, ziemlich gezielten und, ja, ziemlich guten Begriffen, wo man gleich merkt, hey, der Kerl ist nicht einfach nur dumm. Also dumm, so wie halt das Klischee klingt, so von, hey, im Zocker, unrasiert, stinken, 20 Tage, nicht geduscht, hey, weiß ich, was in der Dusche ist und so weiter, sondern nein, der Kerl hat ziemlich was, der hat was auf dem Kasten, hey, der ist überhaupt nicht dumm. Ich denke auch mal, sein, ja, ich würde es mal glauben, sein Schützling, der Sarasa, hat auch viel von ihm gelernt, wir gehen mal drauf, passt mal auf, ach, halb die Fresse mit Virusmeldung hier, tut gar nichts drauf, genau, ich zeige euch mal was, was halt echt krank ist, 635.447 Abonnenten, Leute, das ist, das ist, das, hey, das ist mehr als ein ganzes Stadt, man, das ist abnormal. Also, ich würde mal ganz krass behaupten, das ist dreimal so viel, oder zweimal so viele Abonnenten, wie in Stuttgart überhaupt die Menschen wohnen, dass man sich diesmal so verwirklichen kann. Was dazu auch noch heftig ist, er hat eine Abonnentenveränderung, was ich euch mal hier zeigen darf, auf der Seite, er hat jetzt allein in diesem Monat, ach, scheiße, 6, allein die Zahl, Freunde, 56.736 Abonnenten dazu bekommen, hey, für die Anzahl würde sich ein YouTuber auf deutschem Bein ausreißen, damit er es innerhalb von einem Jahr schafft, der noch, der noch, auch Let's Player machen möchte, und der krank macht halt mal einfach mal kurz, zack, 56.000, knapp 800, links, also mit linken Hand, hey, und ich muss auch zugeben, wie er moderiert ist, ist schon abartig geil, also, man denkt bei ihm, hey, wie geht's weiter, was passiert als nächstes, und ich abonniere doch mal, vielleicht verpasse ich nichts, und was ich halt auch gekreis finde, er hat Themen drauf, hey, die klammern an, also, man denkt, oh, scheiße, ich muss jetzt dranbleiben, hey, ich möchte erfahren, wie es weitergeht, und, was ja auch das, was das Lustige ist, kaum kann ich reden wie ein Wasserfall, der blabbert und blabbert und blabbert und blabbert und blabbert und blabbert und blabla, 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 blabbert, der redet zum Teil, wenn es bei ihm mal eine Let's Show da geben würde, der redet da zwei Stunden lang am Stück durch, und hat aber immer noch die Kraft dazu, dann zu viel zu reden, und ich muss selber zugeben, der geht bei mir nach einer Stunde, ungefähr die Puste aus, und ich denke, oh, mach mal langsam, hey, und der Typ redet halt seine Folgen, wie in Minecraft, wie ihr auch hier sehen könnt, dazu kommen wir nachher noch voll hängen, pass mal auf, wie ihr seht, ich muss schließen, hier, so jetzt, allein, allein die Aufrufe, die Aufrufezeit, das ist so krank, Leute, schau mal, vor zwei Stunden hochgeladen, ja, und es hat bereits schon, passt auf, 1.271, ich denke, da haben schon knapp 2.000 Leute dann schon hier gehört, bin mir nicht sicher, ich will das erst mal, wie es da heißen würde, ist das denn hier mittig, der Ausgang? Genau, das frage ich mich auch immer, und, ähm, genau, hier, er sagt auch gerade eben, ich finde es immer, äh, ich finde es einfach total schön, dir zuzuhören, egal wie stressig mein Alltag oder die Schule war, ich habe immer was, auf was ich mich jeden Tag freuen kann, Danke kommen, das ist das, was ich damit gemeint habe, man freut sich immer mehr, dass irgendwas Neues kommt, und, es ist auch hier bei dem, ähm, sozusagen, Special, ich kann es nicht auch sprechen, ähm, wo die, die Silvestre-Ansprache gemacht hat, bei sich, die 500. Folge, da sind mir zum Teil auch, zum Teil die Tränen, nicht, aber wie schon ein großer Schluck im Hals, kommen, da, der Keller hat ziemlich recht, zumindest seine Ansicht, und, vor allem, wie er denkt, über die heutige Gesellschaft, über, Erziehungsmaßnahmen, Diplomatie, Politik, und so weiter, muss ich echt sagen, Junge, Junge, hat man den als Kanzler, das ist jetzt kein Ruf, aber, wäre Deutschland heller, und vor allem, müsste auch Deutschland manchmal auch besser gehen, vor allem, was mir auch gefällt, ähm, er empfiehlt auch Dinge, den Jugendlichen, was sie nicht tun sollen, was er damals vielleicht falsch gemacht hat, was aber dann, äh, er nicht weiter empfiehlt, dass es nach hinten losgeht, also, dass die Jugendlichen, ne, einfach eine gute Zukunft haben, ähm, was halt auch bombastisch ist, hey, der hat, pff, das ist so, das ist so krank, wenn man den hört, krank, den kennt jeder in Deutsch, also, den kennt wirklich jemand, habt ihr auch gesehen, bei der Aufrufezahl, allein das ist schon krass, alter, alter, 397.758.208 Aufrufe, Leute, lasst euch das einfach mal kurz auf der Zunge mitzugehen, einfach mal, das ist eine abeinig große Zahl, hey, wäre diese Zahl auf meinem Konto, ich würde mich jeden Tag freuen, aufs Neue, zur Bank zu rennen, hey, und, ja gut, wie gesagt, zur Bank zu rennen, kann ich ihm sagen, er macht auch ziemlich guten Profit damit, aber gut, ich, ich gönne es ihm, also, ganz ehrlich, gut, ich, ich finde es ein bisschen übertrieben, wie, wie krass alles sich umkriegt, aber er hat es auch echt verdient, weil, wenn man, mal schaut, er macht gerade im Schnitt, hier, mit dem Minecraft-Folgen, macht er gerade ziemlich viel Geld, da macht er gerade knapp 600 Euro, schätzungsweise 5.500 Euro, aber das ist zu hoch, ich denke mal, der Betrag kommt ungefähr hin, der hier, der hier, mach es ändern, Achtung, so, und, was noch lustig ist, ich, genau, er hat sicher den ganzen Urlaub, wo er in Las Vegas war, und in den USA, hat er sicher nur durch YouTube eigentlich finanzieren können, das müsst ihr euch erstmal geben, hey, und hier seht ihr auch, der hat Video, der hat es knapp, in einer, passt mal, vom, vom, 19.8. bis zum, 17.9., also heute bis zum 19., äh, langsam, ich muss mich echt mal, besser vorbereiten, du machen, Leute, Freunde, also, er hat jetzt innerhalb von, 19.8.2012, hat er 580.000 Aufrufe, also, so grob gesagt, ja, jetzt aktuell hat er 635.000, nee, diesen Abonnenten, ups, egal, hat er knapp 57.000 Abonnenten, allein die Zahl ist schon krank, ich wäre schon froh, wenn ich schon Zufall hätte, hey, 736, hier auch seine Videoaufrufe, also, da merkt man, dass, ähm, er YouTube, ziemlich viel Zuschauer, auch noch dazu beschert, und dass YouTube, YouTube, ihn auch, denke ich mal, halten wird, egal, was da kommt, hey, weil, wie ihr seht, 370 Millionen, am 19.8. und aktuell hat er knapp 400 Millionen, also sprich, fast eine halbe Milliarde, wenn er noch 100 Millionen, jetzt noch schafft, boah, und hier, wie ihr sehen könnt, er hatte jetzt in den letzten, ja doch, kommt hin, er hatte knapp 28 Millionen Aufrufe, das ist eine kranke Zahl, man, das, in Deutschland leben 8, genau, 8 Milliarden, in Deutschland leben knapp 80 Millionen Menschen, ich denke jetzt mal, 82, 83 Millionen, also, quasi, ein Viertel davon, haben die ganzen Folgen schon gesehen, ihr solltet es mal so vorstellen können, Freunde, hier, klar, er macht die ganzen Channel News, wo alle auf seinen Channel draufkriegen, 5 Millionen, ich wäre schon froh, wenn ich schon so viel hätte, okay, komm, ist aber realistisch, realistisch, ich hätte schon so viel, und natürlich, er macht halt auch ziemlich, ja, also, er hat Kontakte, hat er sich, wurde er, ups, was war jetzt, er wurde, ja, 18.086, Kontakten heißt, 18.000 Leute haben ihm quasi das Kontakt hinzugefügt, und er selber hat aber keinen einzigen dazu gefügt, quasi nur, er hat nur einen verloren, so, klar, er macht täglich ziemlich viel Kohle, also, Junge, ich würde mein Leben damit absichern können, wenn ich so viel Geld hätte, hey, 544 Euro, und schätzungsweise 5.000 Euro am Tag, im Jahr macht er ca. knapp 200.000 Euro, und im Schnitt 1,9 Millionen Euro, Leute, das sind 1,9 Millionen Euro, nur fürs Let's Plan, das ist Wahnsinn, hey, ich zeige euch mal, was ich für, was ich machen würde, also, bei mir würde es sich gar nicht lohnen, schuldig, lach, ich weiß, passt mal auf, so heiße ich übrigens, könnt ihr gerne abonnieren, würde mich gerne freuen, über jeden Einzelnen, vielleicht komme ich immer so in 100 Jahre, mal ran am Kronk, oder in 200 Jahre, also, ich mache nicht gerade viel Profit, also, ja, hier, das ist interessant, aber ich habe jetzt, gut, das ist für mich auch toll, ich habe jetzt 8.000, also, wie ihr seht, das sind quasi die Mini-Youtuber hier, und der Kerl, der haut natürlich die ganzen, der haut natürlich alles um, hey, und ich würde echt mal sagen, Kronk, schau einfach, dass du weitermachst, hey, weil, was du hier dir auf die Beine gestellt hast, ist schon eine große Tonne, hätte ich mal gesagt, also, du hast es geschafft, dass man das Let's Play wieder neu definieren kann, dass man auch wieder Spaß am Spielen hat, denke ich mal richtig, vor allem, deine Spiele inspirieren, echt zum weiterspielen, oder zum, du sagst, hey, das spiel habe ich doch noch, das packe ich jetzt auch mal auf, zum Beispiel hier, dieses Let's Retro Day of Tentacle, das habe ich auch mal gespielt, bei meinem Cousin damals, und jetzt hört mal zu, Freunde, jetzt kurz nach draußen, Präsident Krank, das Tentakel übernimmt, ich habe das Sagen, das ist das, also ich meine, er kann sich in den Spielen total reinsetzen, also so wie er quasi redet und so, das ist echt nicht einfach, ich kann da glaube ich viel noch raussprechen, und darum würde ich mir sagen, er hat es sich echt verdient, was er da hier bekommt, an Kohle, an Abonnenten, an Aufmerksamkeit und so, und darum würde ich sagen, Krank, mach weiter so, du bist eine Legende hier auf YouTube, ohnehin, wenn man den Namen hört, schon kreuen, was jeder klärt, du bist halt, ach der ist YouTube, ja der ist YouTube und so weiter, das kennt fast jeder hier, und vor allem, du bist ein ganz korrekter Kerl, ich habe dich leider noch nicht persönlich kennenlernen dürfen oder so, aber deine Videos allein sagen schon, oder auch wie du in deinem Let's Plays, mit deinem Let's Plays together bist, wo die anderen und sie zu dir sind, dass du ein ziemlich sympathischer Kerl sein musst, und vor allem auch aus dem Kasten hast, was soll ich noch sagen, ich hoffe einfach, dass du nicht aufhörst, dass du vor allem nicht den Spaß daran verlierst, und dass es vielleicht mal wieder bei Sims 3 weiter geht, in diesem Namen sage ich an allen, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr dürft gerne abonnieren, und wenn es bloß 10 Stück sind, ich freue mich darüber, gehe ich mal auf die 50 Abländer zu, sind es denn bloß noch knapp 645, ne, nicht mehr sogar, knapp 699.050, äh, ja, ich würde euch sagen, schaut euch Kronk an, schaut dann bei mir vorbei, MrMemoHD, dürft ihr gerne abonnieren, weiter schicken, anschauen und so weiter, abonnieren, favorisieren und liken, hehehehe, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, und ich würde sagen, danke Kronk, dass du dich auf YouTube gemeldet hast, angemeldet hast, registriert hast, dass du jedes Mal neue Videos hochklickst, und uns mit einer Freude machst, dass du einfach uns daran Spaß haben lässt, wie du am Zocken noch Spaß hast, auch in deinem Alter, du bist nicht mehr so extrem jung jetzt wie ich, aber du bist auch noch ein alter Knochen, und ich hoffe einfach, dass du dich den Spaß gefühlst, vor allem am YouTube, am YouTube, ich kann ja auch in Deutsch mehr, am YouTube, dass du noch viele, viele tausende Videos auch hochlädst, wie du hier auch, was ich auch noch zeigen wollte, stimmt, ja, ähm, dürften jetzt dann knapp, äh, knapp 3000 Videos sein, mein Wunsch ist, je für dich krank, dass du dir, ähm, dadurch selber gezeigt hast, dass, dass Menschen was bewegen können, und, ähm, ich, ganz ehrlich gesagt, an dir könnten sich viele eine Scheibe abschneiden, hey, weil deine Art, deine Einstellung, dein Humor, das sind, ja, das sind so Punkte, wo ich denke, hey, schade, wenn man, wenn es ein paar Crongs auf die Welt geben würde, wäre die Welt einfach ein bisschen heller, und vor allem, man könnte öfters lachen, und das ist das, was ich an dir so toll finde, und auch denke ich auch, die anderen knapp 700, äh, 650.000, dass du einfach, äh, was bewegt hast auf YouTube, und vor allem auch, du hast eine Armee hinter dir, Junge, du hast eine richtig fette Armee hinter dir, ähm, und ich würde mal sagen, sowas, was du hier abziehst, das gibt es nicht mehr so schnell hier, nicht mal Kommando Krieger, oder so ein Stück, das sage ich eigentlich auf dem Deck, aber auch nicht an dich ran, das ist wirklich, wenn ich überlege, ich habe vor drei, vor knapp einem Jahr, mal drauf geschaut, hier auf Gronkh, da hat er ja knapp 200.000 Abonnenten, allein die Zahl ist schon abartig, das hat er knapp 640.000, das ist doppelter Anstieg, hey, und wenn ihr gerne wollt, köft ihr das Video, ich würde mich auf jeden Fall freuen, ähm, einfach weiterschicken, abonnieren, wenn ihr, abonnieren, wenn ihr wollt scheiße, und, ähm, merkt durch diesen Namen, Freunde, weil er ist der Grund, dass sich YouTube so extrem verändern hat, und vor allem auch die Let's Play, Welt, ich hoffe, mein Video hat euch ein bisschen gefallen, zum Nachdenken angeregt, ähm, ich bedanke mich bei euch, macht's gut, einfach wieder reinschauen, ja, ciao, so wie, wenn ich das jetzt hier, okay, ich hab's geblickt, juhu, ciao, halt mir 대로 냄새, oh, juhu, Bis zum nächsten Mal.